Alter, die sind OP, die haben den Lego-Bäschen! Ja, komm her! Junge, die Käpt'n da, habt ihr's gesehen? Hey, to win is the way to win. Legendary! Kack. Hey, Ingenieurin! Engineer Gaming! Ey, du bist ja auch Level 100 jetzt, cool! Ich bin 102, ja. Ey, also jetzt hab ich ein bisschen mehr Respekt vor dir. Vorher gar keinen, aber jetzt schon. Das sind ja nämlich die guten alten Zeiten. Die guten alten Zeiten. Die Zeiten noch gut und alt waren. Als die Zeiten noch schön alt waren. Jetzt sind sie voll jung, Alter. Ich bin doch kein Pedo. Manchmal. Ciao! Ja, Abflugs geht. Das muss mir gefallen, auch gut. Und dann so. Hau mich auf, ich will es sehen. Leute, die sind alle hier! Leute, einfach Hilfe! Nein! 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 Junge, wie kann der so lange überleben? Nein! Ja! Ulte gegen Ulte. Tja, dann sehen wir mal, wenn der bessere Ulter hat. Und mir jumpt so auf ihn zu und er drückt ihn einfach kaum. Oh, shit! Ja, das war's. Der ist mit der Pulle. Das schafft er nicht. Geh in die Bühne! Geh in die Bühne! Hehl dich, hehl dich, hehl dich, eh drücken, eh drücken! Heilen! Hau, geh in die Bühne! Heilen! Oh, was macht er? Geh in die Bühne! Ich verliere mein Verstand! Heilen! 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 Oh! Heilen! 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 Oh, Alter! Da hab ich richtig gut gespielt! Oh, warte, ihr wollt das sehen? Okay, warte ich mal kurz an! Äh, hier! Oh, schade! Schon vorbei! Na ja, was soll's! Nice! Hi, Chris! Tschüss, Chris! Okay! Sie sind in Führung gegangen! Sie sind in Führung gegangen! Meister! Oh! Kleister! Oh, unsere Lieblings-Map! Oh, no! Künch! Ne, ne! Oh, no! Kringel! Okay, Hanso hab ich! Ah, fuck! Scheiße! Ja! Ja! Viel Glück! Man kann aus jeder Situation... Das ist ein Roadhog! Wo ist der? Es ist Roadhog! Roadhog! Was machst du denn? Er hockt dich ein, weil du bist du! Ja! Ist das so? Okay! Man kann aus jeder Situation etwas haben! Er kommt von rechts? Ja! Hab ihn? Ja, ich bin auch ohne mein Geschützmodus ziemlich stark! Wala! Walla! Walla! Ich klatsch dich weg! Walla! Ich klatsch dich auch weg! Komm mir! Bam! was will die! Hey Chris! Können sie mir sagen wo die Toilette ist? I need to know where the bathroom is Heil! Was? Was? Und dass ich geheilt werde Highlight des Spiels! Das ist Mike Bissasang! Das gucken wir uns an, das ist wunderschön Führungsrolle! Oh, fern ist er, guck mal! Mr. Schwarzer Mann Wald Trisch mir mal Symetra Aber mir ist Was war das? Ja ich will ja nicht in meinem Spot kommen Ja komm! Komm her! Ja! Ich liebe diesen Charakter! Überhaupt nicht OP mit dem Scheißgeschütz! Oh Gott! Woah! Okay, geht los! Ich kann die jetzt nicht Ich sind wie kein zweiter auf die, aber ich kann die nicht Ich hab den Headshot gebaut, ich bin zufrieden Die bringt sich einfach um Und jetzt haut mal richtig eine rein hier! Vor allem du! Schwarzer Mann! Ist das scheiße Ärzte? Ja! Hey! Hey! Ich denke, also denke ich Oh! Oh! Ich denke, also bin ich Da ist man Oh! So schön! Du da! Du hast noch nicht abonniert! Oh Gott! Was man zusammen bauen kann! Kann man auch wieder zusammen bauen! Ich hab mir drauf gewartet! Ja! Wer läuft denn da als Soldier? Ich ziehe sie hinein rum! Oder als Reaper! Oder als meine Mom! Ähm! Ich glaube ich mal! Oh! Nice! Oh! Das war ich! Ja! Wo bist du? Da bist du! Ich weiß nicht wo ich bin! Oh! Ich kann jemanden noch grillen! Grillen? Ja! Ich grill den! Ich grill den Reaper! Äh! Level 24! So bitteschön! Ich stelle mich aufm Arm nehmen! Hä? Okay! Unlust Sicherheit! Viren und Bedrohung Schutz! Wir halten Stand! Ah! Was ist das? Die haben nen Lego Bastion! Alter! Die sind OP! Die haben nen Lego Bastion! Ja! Da können wir sowieso nicht gewinnen gegen den Lego Bastion! Guck ihn dir an! Äh! 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 Also ich glaub wir haben nen Smurf hier! Ich kann nicht dass der... Jo! Der ist wahrscheinlich der mit 24! Ich glaub wir haben einen Smurf! Äh! Hilfe! Hilfe! Bei mir ist ne... Sucker! Bei mir ist ein Zubat! Bei mir ist ein Zubat! Super! Auf your boobs! Pfff! Was ist passiert? Was ist passiert? Ich hab die kurz überrannt! Ich überrufe nachdenken! Geschütze hat mit dem Geschütz... Ich hab mit dem Geschütz... Zeig es uns doch! Was ist passiert? Ich hab mit dem Geschütz Sachen gemacht! Du hast mir den Kill einfach abgestaubt und dann nochmal! Du hast mir den Kill einfach abgestaubt und dann nochmal! Hä! Die stand einfach nur rum! Ja! Ich sag ja es ist so dumm! Komm Mike! 3... 2... 1... Los! Du bist draußen! Du kommst hier! Ich hab schon jemanden gekillt! Wenn du deine Maschen machst, hab ich schon jemanden umgepickt! Und zwei sogar! Nein! Nein! Fuck nein! Ja! Nice ne! Oh yeah! 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 Oh Gott! Komm! Ich bin leicht anstrengend mit dir zu spielen! Das ist nicht anstrengend mit dir zu spielen! Ich will vielleicht ein bisschen! Ja! Hinter uns! Hinter uns! Hinter uns! Ja! Wem dachtest du das denn? Ach so! Ah! Ah! Nein! Nicht eins! Ja! 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 Ich kämpfe gegen die unten! Ähm! Ich hab schon die beiden tot! Besorgen einen töten! Wer denn? Du hast dich schon tot und verarscht? Oh! Ich sehn! Ja! Nice! Ich geh schlafen! Ich muss mich hier auf die Treppen! Das ist so böse! Na ja also! Oh! Cheers Love! Die Mücke ist hier! Ja! Eigentlich müsste wenn man Tracer pickt eigentlich so einen Zaun kommen sollen! Nein! Ich hab nur wegen mir gewonnen! Ich hab den Damage gemacht! Aha! Hab den Tod nicht mehr reingekriegt! Aha! Ich hab immer noch 6-0! So! So! Von 2 noch 5! Highlight des Spiels! Vogelmann! 1,2,5! Uff! Vogelmann! Der gar gar nix kann! Vogelmann! So! Ich wünsche euch! Nein! 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 natürlich muss ich hier prominent zeigen was für ein mann ich bin deshalb nehmen wir lego bärchen ich brauche größer für mich ich kriege das auch selber hin also ich meine wenn alle strecke reißen bärchen rettet immer den tag ich werde euch heilen das wird definitiv funktionieren rein da meine krieger rein da los meine krieger kämpft, kämpft, kämpft meine krieger oh nicht mit mich mein Letty ist raus wie komm ich zu dem nein 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 das war bestimmt so eine schlechte runde komm ich bin noch mal das ist wenn es schon mal so anfängt was ich wirklich alles carry heute wo sind denn alle da hinten sind so die kämpfen da habt ihr es gesehen die kämpfen da einfach das geht doch nicht ich muss man noch anstellen genau ihr geht da lang ich gehe hier lang das funktioniert ja auch nicht was 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 das funktioniert auch was okay orison fashion orison fashion naja die sondercampen wir gehen mal in die mitte na ja ja ich dachte ich hatte meine uhr macht voll viel damage was soll ich bitte von dem level 10 erwarten kommen wir auf das gleiche video kommt einer von euch mit orison ja ja er weiß ganz genau was ich vor ja wir machen jetzt exakt das gleiche was die gemacht sehr gut kommt zu mir es ist wichtiger die mercy auszulöschen fach ich kann aber nicht weil der andere auf dem weg ist wenn sie zu der rest habe ich verhofft ja komm was soll ich machen alter ich habe solche noobies im team oder eines rausgelieft der genji leute ich wollte die einfrieren ag passt 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 du denkst auch nur du oh nein er will die widow über die will muss sie beschützen komm nimm mich nimm mich oh hast du mich nicht bekommen jetzt gibt eine abkühlung mein freund komm schon her yeah jippie das war unser erster win ja bärchen die bärchen gewinnt man immer ne denkst du wirklich jetzt wissen wir sogar in welche richtung kommen da hab sie kurz erwischt wo ist sie jetzt okay ja das können wir wirklich noch gewinnen jetzt habe ich meinen besten charakter nicht mehr trotzdem das können wir noch gewinnen aber zur sicherheit aber ja und jetzt der level 20 ja warum genji immer okay komm 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 das können wir gewinnen das können wir gewinnen ich fühle mich ziemlich kompetent dass ich das mit Quotax drin kriege nicht zu sterben macht wieder die Rush-Attacke das werden sie niemals erraten ich werde angegriffen das ist schlecht das ist sehr schlecht das ist sehr schlecht Leute assist 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 ich bin fucking dead 되어 wie lebe ich noch deiner ernst Fein, Junge! Hallo, verpiss dich! Wie soll ich das gewinnen? Wie zum Fix soll ich das gewinnen? Sagt mir das mal bitte, Heiner! Wie soll ich das gewinnen? Ach, Mann!